So, dann sind wir wieder bei Ricky Martin Plays Let's Play Dead Space 3. Vorhin hatte ich hier so ein ganz grusiges Monster gehabt. Oh mein Gott. Ich glaube, da kommt gleich wieder. Spaß. So, mit meiner Stimme und den Ton habe ich es hinbekommen. Als Programm blablabla, da ist er schon. Komm her! Zwei gleich, zwei! 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 Da ist noch einer. Der hat ja noch gelebt! So, weiter geht's. Ah, da ist noch einer. So. Feuer. Echt. Gar nicht. Ah, da ist einer. Wow! Digga! In der Ruhe! Arschloch! Die sind da überall! Die sind da überall! Das hier für ein Land? Ein Schiff? Oder was auch immer. Boah! Boah! Meine Lieblingsweapen? Wollte schon sagen. Ah, ja, ja, ja. Woah, wow, 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 wow. Digga! Was ist das?! Okay. Ach, die greift mich an! Ich drücke ganz, drücke! Eeeh Das ist verarschen man Ey ist das schon wieder so richtig abgekatert hier Arschloch, Arschloch Äh, hier Freundchen Nicht mit mir, nicht mit mir Wie traulig Antrieb Schwerer Standardrahmen Neue Platine gefunden, Feuerrate plus 1 Ja, die bräuchte ich auf jeden Fall Denn diese Waffe ist so schwach Da kannst du ja nur schmach Na ja, hier haben wir schon heranschrauben das Ding Oh, so, fertig Antrieb plus 1, was ich das ja anwesst Also, mach ich dann späte meinen... Ach, da ist auch noch was Äh, ein Schreibtisch Textglocke gefunden, ach, mal eine Stunde und lesen wieder Sam, was musst du dir ansehen? Habt ihr das Bild von Tim Kaufmann vom Planeten bekommen? Ist es das, was ich denke? Blablabla, gudle Was denkst du dir eigentlich? Der Käpt'n wird ausflippen, wenn sie rauskriegen das so einfach so geheime Infos, oder? Verbreitet Navigieren Wir wollen navigieren weiter runter mit dir, mein Freund Schalte, blablabla, schlafen Glaubst du, das ist der Grund, warum sie uns alle hierher brachten? Was schmieden? Halt dich da raus Glaub mir Je weniger du weißt, desto besser Ende der Aufzeichnung Blups Ich hasse es zu lesen Das merkt man Gerade in diesem Zustand, den ich jetzt bin Einfach mal öffnen und dann gucken, was da noch als nächstes passiert So, hier funkelt und funkelt alles Ach, was kommt denn da raus? Lass mich in Ruhe! E drücken, E drücken, noch mehr E drücken Lass mich doch alle in Ruhe! Ich bin da eigentlich ein klembrief! Pfff! Ich hab echt zu viel hier ausgemacht So! Noch mehr? E! Ich drück doch E! Was machst du? Dicke! Lass mich in Ruhe! Dicke! 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 Nicht mit mir, Freunde Schießt die Gliedmaßen ab? Ja, ja, wie denn, wenn ich so lang so schnell bin? Drück hier 1! Und drück E! Lass mich in Ruhe Also mit den Tasten hier, also ich bin echt nicht dran gewohnt Ich glaube auch keine Munition mehr, wa? Ah, doch hab ich Aber hier war noch ein Schränkchen, habe ich gerade so im Eifer des Gefechts gesehen, dass da noch was drin war Mein Schrank Es ist eindeutig zu viel hier, was hier los ist So viele Menschen gibt es doch gar nicht auf dem Schiff Oder die auf dem Schiff gewesen sind Na, mal gucken, was da ist Oh, was ist das? Achtung! Zugkollision registriert! Bitte melden Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen Bahnfreiräumen Und ich muss schon wieder auf Fluch Leute! Irgendwas blockiert das Bahnsystem Cargo Ops sollte In der Nähe sein Man kann die Schienen von dort auf sehen Danke Backel, ich seh mir das mal an Dann sieh das mal an, mein Freund Ich nicht Oh ja doch, ich muss ja Oh geil, da muss ja leiden Ach, Mensch Ach, Mensch Isaac, musst du mal leiden, war Warum beschwerst du dich nicht mal? Gibt es eine Gewerkschaft? Ach, was war da? Okay, Wahnsinn Er ist doch gespeichert Yeah! Der Part ist vorbei Ich glaub es nicht Oh Mann, ne Sind doch ganz kurz Aber egal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal